Und jetzt muss ich mich mal wieder zurechtfinden. Hoppala. Nicht den Kopf verlieren, mein lieber Freund. So, das geht wahrscheinlich wieder nur mit Bomben. Hier haben wir aber auch schon welche. Ach, Mann. Haut doch mal alle ab. Oh, da hat einer Dynamit. Gut. So. Da muss doch eigentlich jetzt das Ding da hinten zugehen. Gut, dann kommen von da zumindest keine neuen Gegner mehr. Dann geht mal hier her. Wow. Werf. Nein. Wirf meine ich natürlich. Ha. Nein, nicht runter. Rauf. Bombe nehmen. Hinrennen. Irgendwie werfen. Nein, oder auch nicht. Sterben ist auch eine gute Idee. Nur nicht im Real Life. Da macht das nicht so viel Spaß. Nein, jetzt. Junge. Da werde ich aggressiv. So. Jetzt nehmen wir uns mal die Bombe. Werfen das Ding da dran. Nehmen die Bombe. Werfen das Ding da dran. So, geht doch. Den letzten noch eben weggebasht. So, jetzt müssten wir eigentlich mal Ruhe haben. Ja, toll. Was haben wir jetzt hiermit? Bringt doch nichts. Nehmen wir uns lieber mal die Fackel. Und zünden da hinten das Dynamit an. Das ist eine viel bessere Idee, glaube ich. So, wieder in Deckung. Und weiter geht's. Dynamit. Wir machen den Weg frei. So will ich das haben. Dich brauche ich einmal. Damit du hier dran ziehst. Man lernt. Ja, ne. Okay, jetzt brauche ich noch irgendwo so ein komisches Rollfass. Wo wäre das denn? Hm. Hm, hm, hm. Alles weggebasht. Können wir hier nicht irgendwo anzünden? Ne. Muss wohl da hinten geschehen. Rollfass. Das ist kein Rollfass. Ah, hier ist eins. So. Lalalala. Fahren wir mal hier entlang. Einfach, weil wir's können. Wissen ist Lala um, Baby. Und einmal hier drauf. Damit wäre das auch erledigt. Und da können wir... Ah. Da können wir das Dynamit anzünden. Jetzt brauche ich nur noch ne Fackel. So. Jetzt überlege ich gerade. Soll ich jetzt den tollen... Da wollen wir nicht lange Fackelnwitz bringen? Oder lasse ich's lieber sein? Ich lasse es einfach mal lieber. Der ist ja auch schon älter als alt. Mein Gott. Wo kommen die ganzen Gegner noch her? Ich hab da alles schotten dicht gemacht. Stimmt. So. Und... Kaboom, kaboom, kaboom. So. Mal eben gegehnt. Ich hoffe, das habt ihr nicht mitgekriegt. So wie mein Tod vorhin... Also nicht vorhin, sondern vor einer Sekunde. Und jetzt schon raus hier. Jetzt bin ich. Ah So Jetzt müssen wir hier noch Jemanden befreien Einer schönen Frau kann man einfach nichts abschlagen Es ist nun mal so Ha Verdammt Man kommt da nicht entlang Oh man, oh man, oh man, oh man So, wo ist denn der her? Ach toll, der mit dem Hammer ist natürlich Gefangen Moment, so irgendwie Befreien Ich will dich befreien Aber das funktioniert so nicht Vielleicht so, wenn wir Wenn die Kanone auf ihn schießt Nein, auch nicht, das wäre ja auch So einfach gewesen Oder vielleicht auch nicht Ha Uno momentos So Kanone Schieß doch mal auf mich Und dann springe ich schnell zur Seite Oh, das hat ja super funktioniert Hier hin vielleicht Hier hin so Nein, irgendwie bringt das auch nichts Verdammt Verdammt Muss ich die vielleicht Moment, zählt es vielleicht nur, wenn ich mit einem Schwert Auf die Eindresche, weil es ja Seine sind Nein, das geht auch nicht Nein, verdammt Verdammt Ich dachte, daran könnte man vielleicht Irgendwie so hoch springen Ach, hier geht ja auch noch weiter Hier geht es ja auch noch weiter Das bringt auch sehr viel Mann, 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 Mann Ah, okay So, dann ist hier wahrscheinlich Auch noch mal Eins dieser Teile Ja Und noch ein weiterer Gegner Ich freue mich Wir freuen uns alle Stirb Okay Okay So Das müsste doch jetzt eigentlich was bringen Tut es auch Na, super Aber nicht so Sondern So wahrscheinlich So Und so So Oh, oh Gott Ja Oh Gott Ist das furchtbar Und nicht mit meiner Höhenangst Schieß drauf So Alle, hopp Na, verdammt Nein, nein, nein Nein, nicht Ich will hier oben wieder spawnen Sehr gut Ah, verdammt Ich hätte das mit Jack machen müssen Nein, ah, geht ja nicht Mit Jack Wie soll ich das denn machen? Der muss ja da hinten irgendwie Das Schwert drin halten Hm Das hört sich auch wieder falsch an Ich habe nur einfach keine Ahnung Wie, was, wo und warum So nicht Was können wir denn jetzt hiermit eigentlich bauen? Ah, so kommen wir da hoch Sehr gut Und dann kann ich ja wieder Zu Mr. Sparrow wechseln Und mit ihm hier Na, jetzt Und mit ihm sterben Way So Jetzt hoch Hier mit dem Schwert Das hier auslösen Sehr gut Dann so Dann so Okay Hallo Mädel Okay, 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 okay Alles schön kaputt machen Damit wir freiere Sicht haben Und jetzt brauche ich hier noch eine Kurbel Also Das hier Ah Toll Und wie komme ich jetzt in die Fackel? Ach, da oben Way Zack Das war's jetzt Na toll Das war ja hilfreich Ich brauche eine Kurbel Ach, da oben Ach Oh Manchmal ist man auch blind Gib her jetzt So Äh Achso Okay Vielleicht sollte ich ihn dann auch unten stoppen So Ja Ja